All right, all right, all right, Leute, willkommen zurück zu Wir-Schauen-Street-Man zu. Ja, Leute, heute tun wir mal wieder den guten Eintrial-Max zu sehen. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr schon mal voraus nichts mehr verpassen wollt, gerne aufwarten, Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne rollen, da unten rum dalassen, Leute, würde mich freuen. Ich würde sagen, wir gehen rein und let's go. Das ist Tin, kannst du knicken. Oh, da ist noch ein roter. It's over. We lost. Sehr nice. So, mein Bogen ist Level 3, mein Speer ist auch. Oh, holy shit. Oh, oh, oh. Die Tin vorkommen, hier müssen wir uns merken. Was ist dieses lila, was da so glänzt im Hintergrund? Ja, hier war Amber drin. Was ist Amber? Wird auch schon ein paar Mal gelootet. Was kann das? Weiß nicht, klingt aber stark. Oh, so blaue Beeren brauche ich einmal, dann kann ich wieder Full-Age-Spiel gehen. Ich auch. Holy shit, Jungs. Oh, was ist das da vor uns? Oh mein Gott, was ist das lila, ne? Ja, ja, ich weiß, das habe ich doch gerade gefragt, was das ist. Das ist auf jeden Fall ein Chemay, ne? Ich komme kurz zu euch, Jungs. Ihr müsst euch ansehen, wie ich aussehe. Zu krass, ah fuck, ich habe gar keine Pfeile, Idiot. Nevermind, ich drehe um. Ich brauche meine Pfeile für den Schamanen, okay? Ich habe mich nicht so viel wie du. Und kein Essen. Der große, Brood. Okay, aber den Krieg ich raus. Oh fuck, 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 fuck. Pass auf. Nice. Komplett durchgeschlachtet haben wir da aus ihm bekommen. Wir haben Ancient Seed bekommen einmal. Ich weiß nicht, das ist neu, sonst nichts Besonderes. Ey, da ist nochmal so einer, oder? Oder was ist das jetzt? Das ist ein Lead Gegner, Ruth. Nein, der da hinten noch steht. Nice. Oh, da kommt nochmal, da kommt ein Schamane. Ja, wollen wir weg hier, das ist irgendwie... Nein, das ist ein Brood, das ist ein Brood. Spawnt der da hinten? Ja, ja, das ist ein Spawner. Ja, lass mal abhauen, 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 machen wir. Ich habe keine Pfeile mehr. Oder willst du... Oh, ich bin... Oh, meine Tunic ist kaputt, ich bin nackt. Ich muss sagen, ich kann dir dadurch helfen. Ich komme euch zu euch. Ich habe auch keine Pfeile mehr, Max. Ich muss dich jetzt absoluten... Ich kann Pfeile mitbringen. Ne, ich habe auch gar nichts mehr. Ich bin auch eh voll unterlevelt, im Gegensatz zu. Sorry, ich muss jetzt mal ein bisschen meinen Game upsteppen morgen. Ich komme einfach unendlich Gegner, what the fuck, Mann. Aber kommt ihr da weg, oder was? Ja, ja. Ja, wir können hier wegkommen. Wo bist du hingelaufen, Romatra? Abgehauen. Einfach zurück nach Hause. Ey, der verfolgt mich. Den kannst du nicht loswerden. Wenn der dich einmal vom Nest visiert, war es das. Und jetzt? Du musst rennen, ich hoffe, dass es gut ausdauert. Ja, wir haben ja noch den Buff. Ich kann den 2 kaputt machen. Also nicht geschafft. Ey, du Asias, hast du mir den gegeben. Wir können ihn auch noch kurz töten, jetzt wo die anderen nicht mehr da sind. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ich kann nicht wegrennen. Nice. It's dead, it's dead, it's dead. Oh mein Gott. Gab es irgendwas Neues für dich da? Chill, chill, chill. Deine Inventar ist voll, gell? Äh, komisch. Das dürfte eigentlich nicht wohl sein. Ja, Ancient Seed, glaube ich. Ancient Seed habe ich auch einmal. Ich weiß auch nicht, was der kann. Oh, geil. Ich bin auch einfach nackt. Oh, 80, 90 Damage, Alter. Okay, weiter geht's. Wir sind komplett in den Suck gefahren. Das müssen wir sofort einstellen. Triffst du das noch? Ja. Also dann bist du echt richtig gut. Uh, das war sogar knapp. War da einfach so ein Bonefragmisch gerade? Oh, du bist zu schwer. Oh nein, Max. Oh, du bist zu schwer. Ich rette dich. Du warst einfach zu schwer, Max. Die Steine raus. Yo, das ist so krank. Jungs, ihr habt keine Ahnung, womit ich hier rumlaufe. Ihr braucht es auf jeden Fall auch. Hast du ein Pferd? Nee. War aber ein guter Guess, oder? Nee. Ich hab 29 Steine fallen gelassen. Das tut natürlich weh, ne? Alles, was ich gefarmt hab, ist er weggebogen. Ich glaub, ich hab sie aufgesammelt. Stärker als Pfeile. Stärker als Pfeile. Und unendlich Ammo. Laber, kein Scheiß. Auf Reichweite, oder was? Ich hab ein Speer, den kann ich werfen. Aber den musst du wieder aufsammeln. Ja. Sehr gut. Aber den kann ich halt auch im Nahkampf. Ich hab ein Stein hier. Du wirst immer nicht, wo man Flinteck kriegt und wir haben auch keine Bronze gefunden. Hm. Das ist natürlich doof. Ich mein, ich hab drei Flint in den letzten letzten Stunden gesammelt. Das ist in Ordnung. So, guck mal hier. Guck dir das Ding an. Zeig. Hinter dir. Romantor läuft einfach weiter. Hä? Oh. Der checkt das immer nicht. Lol. Lärf mal. Wirf mal, heißt es. Klill, ich mach der Damage. Der hat 40 bis 60. Soll ich einfach ja sagen können, aber okay. Muss es mal zurück. Der läuft aber auch was drum. Ja. Ich bin nackt, Hanky. Ich mein, meine Achse ist kaputt. Mein Klapp ist kaputt. Ich hab keine Pfeile und meine Rüstung ist auch kaputt. Nice, nein. Das klingt nicht gut. Nee, überhaupt gar nicht. Mütlich nicht. Ab nach Hause. Soll ich was abnehmen? Max. Ja. Na? Du könntest mir die Schuldgefühle abnehmen, dass ich Romantor nicht im Early-Gene gesagt habe, wie man die Sachen craftet. Dadurch sei jetzt dauerhaft nackt und macht null Damage. Okay. Ruhi ist scheiße. Ich bin da. Let's go. Lass rein. Echt? Natürlich, ich bin full equipped. Ja. Ich bin nicht so stark. Was macht man denn mit denen? Drei Hits und die sind tot. Ja, ja. Keine Ahnung, wieso die so schnell tot sind. Aber ich bin aggressiv, dass wir keine Bronze finden. Und kein Flint. Flint ist beim Wasser. Ja, aber doch, aber Abbaufahrer Flint. Das gibt es nicht. Zumindest nicht hier. Einfach auch Schneegebiet hast du. Ja. Okay, lass es zurück. Party überall schon? Nee. Alter, die Map ist riesig. Zoom mal raus, wo wir waren und wo wir nicht waren. Ich weiß. Wir denken, wir waren überall und wir waren einfach nur nirgends. Über Freezing? Ich krieg einfach Damage? Die 80er Hits sind schon lecker mit dem Bogen, ne? Ja, aber ich krieg einfach Damage, wenn ich da nur rumlaufe. Er lebt noch? Ey, wie geil. Wir haben ja einfach alles gerodet und haben jetzt ein riesiges Dorf hier gegründet. Ja, das ist totes geil. Gut, ich auch zurück. Auch wenn unsere Hütten extrem lost aussehen teilweise. Noch. Also, Mai sieht nice aus. Kupfer findet man im Dunkelwald. Und Pelz macht schon vieles aus auf dem Rücken. So. Ganz chillig, Leute. Alles, wie war Bär als Tri-Rex zuzusehen hier? Äh, wie hast du diesen Schriftzug gemacht? Äh, häng dir? Leute, ab dem nächsten Video wird ein anderes Intro folgen. Ja, wie hast du das Schild gemacht, meine ich? Da wird ein anderes Intro dann folgen. Dann nehm der Kist dann sowas. Weil ich will's denen eigentlich nicht nachmachen, weil das wäre eigentlich voll ehren. los von mir. Neben der Kiste. Eigentlich, äh, benutze ich das Intro von ihm, beziehungsweise, es ist sein Intro, Leute. Aber das Ding ist, mir gefällt sein Intro, aber ich hab mir jetzt was selber, selber was ausgedacht, was ich benutzen kann, Leute. Und da kann niemand sagen, dass ich das von niemandem geklaut habe. Das können wir nur Standing Woodtorch. Ja, ja. Von mir nicht. Ich meine, ich hoffe, Stan macht das auch nichts aus, also. Hm? Tut mir leid, Dude, aber, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht, wusste noch nicht, wie ich ein Intro macht soll. Was ist denn das denn? Ich hab kein eigenes Intro gehabt, irgendwie, aber jetzt hab ich ja eins. Verbranntes Holz gibt's nicht, aber durch Essen verbrennen. So, ich hab jetzt... Ich hab jetzt elf blind. Ja, das ist irgendwie immer noch nicht genug. Ich geh jetzt noch einmal zurück und grade alles ab, wie er so tüge genug ist, dass er so geliefert wird. Können wir. Nacken kann man einfach one-shooten. Ich kann alles one-shooten. Oh ne, du hast so viele blaue wieder. Der hat den seinem Knüppel ist, hast kaputt. Ich geh jetzt auch in die Base und dann logge ich mich aus. Wie geil ist dieses Spiel schon wieder? Das ist doch kacke. Ja, das ist kacke. Das nervt echt. Passt mir grad gar nicht in den Kram. Das bombt. Es wäre viel besser, wenn es ein Flop gewesen wäre. Ohne Witz. Ich war eigentlich Game for Master in Apex, aber einfach weil ich dann im Ranked quasi anfangen musste mit Valheim. Habe ich so viele Punkte jetzt noch mal verloren in diesem einen Game. Aber das muss auch sein. Musste sein, ja. Am Anfang dabei sein ist schon gut. Oh, hast du auch noch eins gestartet? Wir haben uns 21.30 getroffen, du bist 21.28 ins Ranked gegangen. Aber witzig ist es schon, ja? Das stimmt. Ich weiß nicht, ich muss nicht, ich muss nicht mehr so an. Ich weiß nicht, ich muss nicht mehr so an. Das ist nicht mehr so an. Das ist ein Fünftiger Küche Treffen zum Essen. Zwei Minuten später startet der Ranked. Ich bin jetzt um 50 Minuten Ranked. Das war so geil, ne? Einfach aus Versehen, sag ich mal. Aus Versehen Ranked gestartet. Aus Versehen Ranked gestartet? Oh, ich dachte, ich habe noch vier Minuten. Sorry, ich bin gerade noch um 65 Minuten Ranked. So sieht es aus. Ne, Jungs, war gut. War nice, war nice. Nices Session. Das ist Sash. Was soll ich sagen, der Sperr ist... Wo wohnst du bei mir, Romata? Geh doch weg. Ich wollte schauen, ob ich mir die Kohle rausnehmen kann für die Schilder. Hast du Kohle? Darf ich Kohle haben? Ich tausche gegen Flint. Du würdest nicht mal die Kohle gegen Flint tauschen? Tatsächlich nicht. Das empfinde ich mich selber allzu los. Oh, du hast einfach einen Flint vor deinem Haus liegen gehabt. Jetzt ist es in meinem Venetar. Gut, Jungs. Ich wünsche euch was. Schönen Abend. Tschüss. Ich wünsche euch auch was. Tschüss. Wir haben nicht mal mehr Abend. Wir haben Nacht. Hä? Was ist denn das? Wir haben nichts Neues gelernt in der Zeit, wo wir wegfahren. Oh! Ich habe genug Flint, um meine Werkbank Level 3 zu machen. Let's go. Ja, okay. Ich bin dann auch weg. Achso, okay. Du hast so einen riesen, riesen, riesen Ausflug gemacht. Ja, doch. Wir haben ganz viel Monsterzeug bekommen. Das brauchen wir später. Früher oder später, Max. Also gewastet ist es nicht, wenn du später dann schaust, oh geil, ich brauche, keine Ahnung, 40 Resen und du hast dann einfach 120 Resen, dann freust du dich. Das kann nicht sein, dass ich nichts upgraden kann. Wo brauche ich denn das? Bone Fragments, Bone Fragments, Bone Fragments, Bone Fragments. Das kommt mir so vor, als ob es keine Ahnung, einfach ein Game wäre, was man halt kennt oder so. Wir können auch nichts Neues bauen. Können denn irgendwie schon was schmelzen? Da stand doch, was haben wir jetzt das Schmelzen gelernt. Haben wir? Stand da, als ich die Tin-Dinger aufgesammelt habe. Aber worüber und was? Hier ist nichts. Das hat mir der Rabe doch gesagt. Wir brauchen ja noch irgendwas anderes, um Sachen zu schmelzen. Vielleicht müssen wir erst Kupfer finden, um das zu erforschen. Mein Hammer ist schon auf dem höchsten Level, aber da ist ja auch nichts Neues, ne? Ne. Das muss ich ja nächstes Mal machen. Ey, war mega geil. Fuck, das war jetzt viereinhalb Stunden. Das war, du fühlst schon direkt zu viel. Mmh. Quit game. Oh, dann lege ich mich jetzt auch ins Wirt und quitte das Game. Den Server, den Server lasse ich einfach an. So, passiert anscheinend nichts nachts. Echt? Ne. Okay. Ey, mega nice. Dann, äh, dir noch einen schönen Abend. Oh, super schön. So fiss ich mich jetzt auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Hörnt ihr jetzt aufzustreamen? So Leute, wir sehen uns morgen wieder. Morgen starten wir 18 Uhr, 18.30 Uhr. Machen denn... 23.000 Euro Fossil Englisch First Edition auf. Ihr könnt gewinnen. Als Follower, normaler Zuschauer oder als Sub. Oder als Mod. Ein Gewinnspiel. Geil, oder? Danke fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass euch Wahlheim auch so gefallen hat. Heute wohl eher. Wir können auf jeden Fall noch weiterkommen. Danke für die ganzen Subs, danke für die ganzen Follows, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Euch einen entspannten Abend. Bleibt gesund. Und... Wir hosten... Das ist der Plan. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt hat er niemanden mehr hosten können, oder? Ich bin letztens bei uns in der Gingend, in der 30er-Zone, genau so gefahren. Ich wurde voll dumm an... Na gut. Mit Pepsi-Trink. Was macht Romata jetzt noch? Ich denke, aber der geht jetzt auch auf, ne? Leute, wen gucken wir denn da? Ich habe gar keine große Auswahl mehr an Streamern. Wir sind gefühlt alle aufgegangen. Hat Spaß gemacht. Freut mich, hoffe, Wahlheim gefällt euch. Wir werden morgen weiterspielen. Auf Wiedersehen. Morgen 14 Uhr. Ich hoffe, ich packe es. Aber ich soll es eigentlich packen. Ich muss... Ich bin so froh. Warte, ich mache das jetzt noch. Das mache ich jetzt on Stream. Machen und Stream Prüfung abmelden. Ne, der war nicht gemeint, das ist kein Problem. Mit den Angriffswellen. So. So. Meine Prüfungstermine. Werkstoffe und Fertigungsverfahren in der Luft- und Laufertechnik. Am 26.02. Zur Abmeldung. Abmelden. Okay. Fertig. Keine Prüfung mehr. Das war's. Haben wir den 26.? Actually nice. Freitag, ne? Aber ich tu. Pogos. Ne, der 26. ist am Freitag. Stimmt schon. Dann kann Roma 3 ja jetzt ganz entspannt sein. Leben durchgespielt. Das war's. Ich wusste nicht, dass es so einfach ist. Von morgen dann, wie gesagt, Fulltime. Let's go, ich hab Bock. Ich hab wirklich, wirklich Bock. Wir hören uns. Ich liebe euch. Tschüss. Ach, Matris auf. Mann. Hä? Äh? Erstens wär's der Master of Science, den ich bekommen würde. Ne, vielleicht mach ich irgendwann mal weiter. Aber ich bin auch zu ehrgeizig, um mich jetzt schlecht zu machen und deswegen macht's keinen Sinn. Ich hab mir auch von meinem, äh, von meinem, von meinem Psychiater ein kleines Attesti geholt, wo der geschrieben hat, ja, der braucht jetzt ein bisschen Zeit für sich. Was ja nicht gelogen ist. Ich brauch meine Zeit für mich und meinen Stream. Okay, bei ihm kann man's, glaub ich, ich glaub, bei Romatra kann man's verstehen, weil das Ding... Zeit für euch. Zeit für meine Freundin. Zeit für mich selbst auch. Ja. Ich will da mit Sport anfangen, ich will Flasco auf die Fresse hauen, hehe. Äh, ja. Ich denke, Romatra will sich deine Auszeit einfach nehmen. Aber ich glaub, der hat einen Psychiater, weil der, ähm, auch wenn er das ist, mit manchen Dingen nicht klarkommt. Ja, und da ist er offline. Good boy. Ja, ja, Romatra... Oh, nice. Aha, Romatra hat anscheinend... ...anscheinend hat Romatra noch gezockt, so wie es aussieht. Oh, Leute, mal gucken. Mh, wen können wir denn noch gucken? Was habt ihr denn Bock? Wir könnten Minecraft sehen, wir könnten Fortnite gucken. Obwohl Fortnite momentan nicht so relevant ist. Just Chat, den könnten wir mal gucken. Komm, holen wir noch, wir haben jemanden in Deutsch nach. Hallo. Ja, was ist das für ein komisches Trümer? Guck, haben wir mir da jetzt, äh, immer nur dieselben angezeigt? Belly Dance. Sind das nur Deutsche, oder sind das... Mal gucken. Leute, wir gehen hier einfach mal rein, ne? Das ist ja nicht wahr. 56% sind tatsächlich nicht Raucher. 44% sind aber Raucher. Es ist relativ... Ich würde behaupten, es ist relativ ausgeglichen. Krass. Krass, krass. Ähm, sehr gute Aussicht. Oh, ich freu mich, Schocks. Ich hoffe, das klappt. Was wird heute gemacht? Gesungen, natürlich. Gesungen. Kennst du Weak singen? Ach so, das hast du gemeint mit Weak. Okay, mein Magen knurrt. Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Äh, ich dachte, du willst mich beleidigen damit. Weil du Weak geschrieben hast, dachte ich, du willst mich irgendwie damit beleidigen. Keine Art, sorry. Deswegen habe ich es überlesen. Äh, moin, Lena, was geht? Okay. Äh, hallo, Lil Polaris. Schön, dass du da bist. Bis heute wunderschön. Danke, Nisan. Danke. Offen ist schwer. Ja, Lugrafen ist, glaube ich, sofort. Deswegen habe ich nicht damit angefangen. 2 oder die Q, wisst ihr? Wenn man nicht anfängt damit, dann muss man auch nicht damit auffüllen. 5-Head, Leute, 5-Head. Mhm, ja, ja. Das ist einfach 2 oder die Q. Sympathisch. Reni, danke schön fürs Folgen. Und Miraculie will, dass ich was trinke. Jetzt sind wir auch bei einer reinhauen. 5 hoch 3-Head, genau. Komm, wir hauen doch noch einen rein. Ja, ich sing gleich was. Komm, rein damit. So, Moment. Okay. Ähm, dachte ich mir auch mit 16. Hm. Ich habe es bis heute durchgehalten, dass ich nicht damit angefangen habe, mit dem Rauchen. Äh, ich muss auch sagen, ich habe es schon mal ausgetestet, mäßig. Äh, aber es hat mir auch nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ja, finde ich nichts daran. I don't know. Vielleicht macht es mich auch nicht süchtig einfach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Trinkst du Alkohol, äh, nicht oft? Also, wenn dann nur zu irgendwelchen Anlässen oder so. Oh Leute, Wasser erst mal. Oh mein Gott, sie hat sie es nicht. Ich trinke oft Alkohol, ich muss sagen, ich trinke sehr selten Alkohol. Sie hat es nicht angeguckt. Wenn, dann trinke ich mein Glas Sekt, weil ich irgendwas auf irgendwas anstoße oder so. Keine Ahnung. Oder wenn ich auf irgendeiner Party bin, was ich halt auch nie bin, weil wer geht schon vor die Haustür und wer hat schon soziale Kontakte und... Komm Mädchen, schieß die Followerliste durch. Ne? Aber ansonsten, ja, ne? Also, heute sieht es besonders schön aus. Danke. Hey, ho, Daniel, was geht's? Ähm, lass es. Ja, Graf, ich werde es auch lassen. Die, äh, Lisa Chantal Emotes kommen mir sehr bekannt vor. Was meinst du denn, hey, ho? Warum kommen die bekannt vor? Ähm, rauchen wäre auch nicht gut für die Stimme. Doch, doch, es gibt Leute, die, also wenn die rauchen haben, die so eine richtig rauchige Stimme beim Singen. Aber ich lasse es lieber mit dem Rauchen, Leute. Ähm, ja, rauchen. Das ist widerlich. Ja, wie gesagt. Beim Zimmer in Ausbildung. Oh, das ist krass, Johnny. Krass. 100% No Alkohol. Das finde ich aber auch vollkommen okay. Weil man braucht es nicht. So, also, man, warum? So, ne? Verstehe ich absolut. Ich trinke es auch selten. Dazu äußere ich mich nicht. Billy, 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 äh, jedes Wochenende so, äh, Billy am Wochenende so, nice, hat Spaß. Ähm, Miki denkst du, muss folgen. Ähm, muss mir auch mal ein Raucher erklären, was daran so geil ist. Ich glaube, dieses Nikotin und diese Sucht einfach, ich weiß, das kannst du ja auch nicht sagen. Oder, was ich bei vielen Rauchern, also, ich hab meine besten Freundin, die raucht. Okay, Leute. Ich seh schon, bei der ist Lust und Laune verloren. Also, bei der waren wir jetzt gerade drin. Mal gucken, mal Bilder. What the fuck? Was ist hier los? Leute, ich verstehe es gerade nicht. Tschüss. Ich bin in der Ruhi-Talk. Pobieter. Kann mir das irgendwie einstellen, dass wir ihn auf Deutsch ist wie immer sehen, bitte. Kanäle auf Deutsch. Bitte. Bisschen chillen. Kommt rein. Das sollen wirklich Frauen sein. Das könnt ihr mir nicht erzählen, Leute. Bestehe ich den Führerschein? Oh mein Goooood. Nein, Leute. Das tu ich mir nicht an. In diesem Thema will ich zur Zeit echt nichts zu tun haben. Könnt durchdrehen. Jetzt hab ich keinen Streamer hier in dieser Kategorie. Frage-Runde mache ich ganz sicher nicht mit Schüttenarbeit. Aber da kann ich nicht mithalten. Irgendwo wird es doch eine Frau gegen guten Abend, ihr schönen Menschen. Es sieht sympathisch aus, aber... Wie ist das Russland, Ausländer, oh je. Lass chillen mit Free Korea. Was geht's hier für Streamer? Wo bin ich hier gelandet? Auf Free Talk, ich gehe jetzt gleich einfach auf eine andere Kategorie. Das fackt mich grad ab. Mal gucken, gucken wir mal bei der rein. Das kann mich ganz gut mit uns selber beschäftigen. Ja, ja. Leute, wollen wir hier was reindrücken? Kommt. Erwachen. Oh, bitte sagt mir, sie hat Follower Goals an. Bitte. Sie glaube ich deutlich weniger schlimm ist für die meisten. Bitte. Ja. Sein Kumpel, was ist mit deinem Kumpel? Komm schon. Wie ist es vor? Dankeschön für den Follower. Jawohl. Ich wollte selber schreiben. Scheiße. Hey Leute, ich mach mich grad zum Volldeppen. Ich mach mich grad zum Volldeppen. Ich muss nach Haus, tut mir leid. Aber ich konnte nicht mehr. Ich hab mich grad zum Volldeppen gemacht, weil ich ein bisschen geschrieben habe. Und sogar noch verkackt habe. Also, ey. Bein. Hm. Wo könnten wir noch reingucken, Leute? Pokémon Trading Cards in die Trading Card Runde? Grad nicht so große Lust. Hm. Ich muss grad überlegen. Ben. Jetzt mal schauen. Was ist bei der Frau hier los? Ja. Mach da drauf. Nope. Sowas wird auf meinem Kanal nicht gezeigt. Hm. Leute. Was könnten wir uns noch reinziehen? Was ist vom Video überhaupt schon her? Ah, okay. Halbe Stunde haben wir bis jetzt. Obwohl, ich würd sagen, wir beenden noch an der Stelle. Leute. Also, das sind wirklich nicht mehr so gute Streamer online. Ich würd sagen, wir beenden es an der Stelle. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat's wie immer gefallen. Gerne Abo-Button. Glocke aktivieren. Nix zu verpassen. Genau. Und dann noch oben da das. Na, Leute. Auch wenn's jetzt gerade sehr enttäuschend war. Und ich auch weiß, dass ihr immer gerne wieder Streamer gucken wollt. Und ja, euch das auch gefällt. Aber ja, Leute. Es war heute einfach jetzt noch um die Uhrzeit. Das ist halt meist enttäuschend. Weil Streamer da auch zu diesen Uhrzeiten immer offline sind. Und ich schätze, ich muss diese Videos einfach mal am Nachmittag oder am späten Nachmittag oder so. Oder abends mal drehen. Weil ansonsten, wenn man das mitten in der Nacht macht, sind die eh alle offline. Deswegen. Und gerne auch in den Kommentar da lassen, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Wie ihr wisst, ich lese mir den Kommentar einmal durch. Oh, ne, das war das Mädchen, wo wir letztens, wo wir, äh, Wo wir letztens draufhauen. Oh Gott, ne, ne, weg mit der. Die kann Englisch und ich kann das nicht. Also das ist echt kompflos. Ja, Leute. Und dann wünsche ich euch heute einen schönen Dienstag. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.